Yo, so Freunde hier, die Nadl, ah nee, Nadja, sorry, die Nadja, der Vincent Weiss, kennt ihr denn? Und ich trage dich unter meiner Haut. So, wir sind in Karlsruhe angekommen, im Parkhaus, dank dieser schönen jungen Dame hier. Wir gehen jetzt ins Cube Club, da ist die Afterparty. Wir melden uns dann davon zurück. Tschüss. Gino. Oh, wow. Kommt mit den Kollegen. Wir sind angekommen hier im Cube Club. Wir sind angekommen und ich treffe hier den geilsten T-Shirt der Welt, der Jeffrey aus Berlin. Der Gino Wild, der ist schon da, alles am Start. Freunde, ein bisschen dunkel hier, aber wir sind im Cube Club. Der Mario am Start, die Nadja. Ich weiß nicht, wie ein aller Freund am Start ist. Aber hallo, YouTube. Peace. Freunde, wir sind hier gerade reingelaufen und wir gehen zurück zum Cube Club. Vor der Tür stehen die Leute. Vor der Tür. Wir haben uns sogar vorgedrängt, vor dem Geburtstag. Wir sind hier drin. Wir machen jetzt ein bisschen Fleck Party. Wir drücken nachher nochmal, wie es abgeht. Oder? Auf jeden Fall. Kameran. Wir bitten nachher. Ciao. Wir sind hier drin. Wir sind hier drin. Wir sind hier drin. Oh, die Yemala, die Yemala, die Yemala, die Yemala. Die Yemala, die Yemala. Die Yemala, die Yemala.